Jean Asselborn ist ein luxemburgischer Politiker. Er ist Mitglied der Letzebürger Sozialist-Escharbechter-Partei. Seit dem 30. Juli 2004 ist er luxemburgischer Außenminister, seit 2014 auch Minister für Immigration und Asyl. Bis Dezember 2013 war Jean Asselborn außerdem Vizepremierminister von Luxemburg. Jean Asselborn ist der momentan dienstälteste Außenminister der Europäischen Union. Im Oktober 2012 erhielt Luxemburg unter Asselborns Leitung zum ersten Mal einen nichtständigen Sitz im Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen für den Zeitraum von 2013 bis 2014. Leben und Beruf. Jean Asselborn begann seine berufliche Karriere 1967 als Angestellter bei Uni Royal in Steinfurt. Er engagierte sich in der Gewerkschaftsbewegung und wurde zum Vertreter der Jugendabteilung des Luxemburger Arbeiterverbands, dem Vorgänger des heutigen unaufhängigen Gewerkschaftsbonds Letzebürg, gewählt. 1968 wurde Jean Asselborn Gemeindeangestellter der Stadt Luxemburg, zog jedoch 1969 zurück nach Steinfurt, um dort ebenfalls als Angestellter der Gemeindeverwaltung zu arbeiten. 1976 besuchte Jean Asselborn Abendkurse und erhielt sein Diplome Defendetude Second Iris des Ateneum Luxemburg. Anschließend wurde er Verwaltungschef des interkommunalen Krankenhauses von Steinfurt. Asselborn schrieb sich im Fachjura an der Universität Nancy II ein. Politische Karriere Von 1982 bis 2004 war Asselborn Bürgermeister seiner Geburtsstadt Steinfurt. Auf nationaler Ebene wurde Jean Asselborn als Mitglied der Letzebürger Sozialist der Scharbechterpartei zum ersten Mal 1984 in die luxemburgische Abgeordnetenkammer gewählt. 1989 wurde er Vorsitzender der Parlamas-Fraktion der Letzebürger Sozialist der Scharbechterpartei, bis er 1997 den Parteivorsitz übernahm. Dieses Amt hielt er bis 2004 inne. Von 1999 bis 2004 war Jean Asselborn Vizepräsident der Abgeordnetenkammer. Gleichzeitig war er von 2000 bis 2004 Mitglied im Ausschuss der Regionen und Vizepräsident der Sozialdemokratischen Partei Europas. Nach den Wahlen des 13. Juni 2004 wurde Jean Asselborn zum Vizepremierminister und Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Einwanderung. Er trat am 31. Juli 2004 in die Regierung ein. Bei den Wahlen des 7. Juni 2009 wurde die CSV-LSAP-Koalition in ihrem Amt bestätigt und Jean Asselborn verblieb in den Ämtern des Vizepremierministers und Ministers für Auswärtige Angelegenheiten. Im Dezember 2013 folgte ihm Etienne Schneider als Vizepremierminister nach und Jean Asselborn wurde zum Minister für Auswärtige und Europäische Angelegenheiten und Minister für Immigration und Asyl in der neuen Koalitionsregierung zwischen der Demokratischen Partei, der LSAP und der Grünen Partei. Privates Jean Asselborn ist seit 1980 mit Sylvie Huber verheiratet. Ehrungen für seine herausragenden Verdienste um die deutsch-luxemburgischen Beziehungen und die enge europapolitische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Luxemburg wurde er am 14. Dezember 2010 mit dem Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Im Oktober 2013 wurde Jean Asselborn zum Kommandeur de la Légion d'Honneur Frankreichs ernannt. Im Jahr 2014 verlieh ihm die Landespressekonferenz Saar den Medienpreis Goldene Ente.